Alter Schwede, was ist das denn hier für eine gigantische Tür im Boden? Das ist mit Abstand die größte Tür, die ich jemals in Minecraft gesehen habe. Diese Tür befindet sich einfach mal irgendwo im allergrößten Villager-Dorf von ganz Minecraft. Aber was befindet sich denn in dieser Tür? Das und vieles mehr seht ihr im heutigen Video, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß beim Video. Sönti, wo hast du mich denn hingebracht? Bist du denn verrückt geworden? Du hast gesehen, wo wir sind. Wir sind im größten Villager-Dorf in ganz Minecraft. Alter Schwede, ich würde sagen, Freunde, ihr lasst... Oh nein Gott, das Feuer geht da schon los. WTF, Sinti, wir müssen es löschen. Schau es dir mal an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird der größte Brand in der ganzen Minecraft-Geschichte, wenn wir da jetzt nichts gegen tun. Das machen wir aber nicht. Das ist da oben, da oben, da oben, siehst du es, da oben. Oh mein Gott, WTF, WTF, da brennt schon alles. Nee, gleich ist es schon zu spät, gleich ist es zu spät, gleich ist es zu spät. Wir können nämlich theoretisch hier Hide and Seag spielen, aber erstmal müssen wir die Arbeit erledigen, Sinti. Ja, ich habe extra einen Wassereimer geholt. Okay, super, super, super. Ich baue hier auch nochmal ganz schnell was ab. Alter Schwede. Leute, lasst jetzt aber nochmal schnell an dieser Stelle einen Like da. Für jedes Haus müsst ihr einen Like da lassen. Ich bin mal gespannt, wie viele Häuser... Das sind unendlich viele Likes. Oh mein Gott, ratet mal in den Kommentaren, wie viele Häuser sind das hier? Ich sage über 1000. Über 1000 Villager-Häuser. Was sagst du, Sinti? Mindestens 3000. Mindestens 3000. Ihr seid in den Kommentaren gefragt. Aber Leute, oh Gott sei Dank konnten wir hier diesen Brand noch verhindern. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Hier ist super viel los in diesem Villager-Dorf. Ich meine, schau es dir doch einfach mal an. Wenn wir hier oben drauf gehen, dann sieht es einfach mal so gigantisch groß aus. Und es hat einfach kein Ende. Egal in welche Richtung wir gehen, es hat wirklich kein Ende. Das ist der reinste Wahnsinn, Sinti. Aber ich würde gerne mit dir eine Runde Heid in Sieg spielen. Bist du bereit für diese Herausforderung, Sinti? Wenn du verlieren möchtest, okay. Weißt du was? Ich werde mich aber vielleicht in dieser XXL-Tür verstecken. Hast du davon auch schon mal gehört? Bei dem großen XXL-Villager. Aber der dürfte noch nicht hingehen. Genau, genau, genau. Ich weiß, es ist eigentlich verboten, sich in diesen XXL-Türen aufzuhalten. Aber vielleicht gehen wir da hin, ne? Vielleicht gehen wir da hin. Aber ich habe gehört, man kommt da nur rein, wenn man Teil von der Riesenfamilie ist, ne? Ich bin doch riesig, schau mal. Hä? Dass ich nicht lache. Du bist ein kleiner Sinti-Mini. Mehr bist du nicht. Komm. Okay. Wir fangen an, oder? Ja, komm, versteck dich. Ich gehe in dieses Haus rein und ich finde dich. Du hast 15 Sekunden Zeit, dich zu verstecken. 15 Sekunden? Oh ja, ich zähle, Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, ja. Wir haben ein anderes Problem. Was für ein Problem denn? Ich habe hier einen Baby-Villager gefunden. Hä, was? Baby-Villager? Ja, ganz kurz. Wir müssen aufhören mit Teil des Sieg. Komm mal her. Ja, warte, ich komme, ich komme, ich komme. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt sehe ich deinen Namen. Okay, doch, warte, warte, ich komme vorbei. Ja, ich springe hier gerade von Haus zu Haus. Warte mal. Oh mein Gott. Ja, 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 ich weiß. Ich baue hier gerade nochmal einen Block ab. So, zack. Und was ist jetzt hier das Problem? Schau mal, hier ist Haus rein. Hier ist ein kleiner Baby-Villager. Der braucht unsere Hilfe, hat er gesagt. Oh mein Gott. Nein. Aua. Ich, oh Gott, Sinti. Warte mal, ich muss, ich muss auch ganz kurz erstmal hier irgendwie hochkommen. Das ist gar nicht mal so einfach, Freunde, ne? Das muss man wirklich hier sagen. So, zack, einmal hier rein. Okay. Baby-Villager, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Oh, hi. Ja, schön, dass du mich gefunden hast. Ja, ich habe hier auch mit meinen Freunden ein bisschen gespielt. Und er ist auch Teil von dieser riesen Giga-Familie. Die wohnt hinter der größten Tür im Boden. Die ist wirklich gigantisch groß. Nur, ich habe ihn irgendwie verloren und ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskommen soll. Kannst du mir bitte helfen? Bitte. Sinti, hast du das gehört, Mann? Sinti. Wir müssen ihm helfen. Hallo? Wir helfen dir sehr gerne. Wir helfen dir sehr gerne. Aber wo müssen wir hin? Wo ist denn diese riesen Giga-Tür? Wir haben doch keine Ahnung. Ich meine, schau dir doch einfach mal dieses Villager-Dorf hier an. Das ist gigantisch groß. Wo soll das denn sein? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist gigantisch groß, aber es ist gar nicht so schwierig zu finden. Das einzige Problem ist, man kommt nicht in diese riesen Giga-Tür herein. Weil, ich meine, schaut euch doch mal an. Ihr seid kleine Winzlinge, so wie ich. Hat er uns gerade beleidigt, Sinti? Das ist niemand persönlich. Ach, nein, wir können ihn nicht in den Stich lassen, Sinti. Wir können helfen. Ja, wir müssen helfen. Oh, guck mal, er ist schon beleidigt. Okay, wir machen es vollermaßen. Wir helfen dir. Wir helfen dir. Wir helfen dir. Alles gut, Kollege. Alles gut, Kollege. Mach dir keine Sorgen. Du führst uns aber erstmal hin zu den Riesentüren. Und um den Rest kümmern wir uns. Wir kommen da schon irgendwie rein. Hast du uns verstanden? Ja, das war nicht so gemein mit dem Winzling. Tut mir leid. Okay, okay, okay. Aber bevor es losgeht, ist es mir ein bisschen unangenehm. Könnt ihr mir nochmal was zu essen geben? Ich habe so Hunger. Ich habe schon zwei Tage nichts gegessen. Hast du das gehört? Der hat Hunger. Ja, ich gebe ihm was. Komm. Warte, warte, warte. Hast du Fleisch? Hast du Fleisch? Ich habe gehört, Fleisch mag der bestimmt. Ja, okay. Okay, okay, okay. Alles gut, Kollege. Wir geben dir Fleisch und dafür folgst du uns. Er sagt sogar Danke, der Baby-Villager. Er ist dankbar. Er ist dankbar. Muss man ihn lassen. Wo müssen wir jetzt hingehen? Wir müssen jetzt wo entlang? Das ist, glaube ich, in den Norden. Ich werde euch da hinführen. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir finden das schon. Okay, 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 okay. Komm, das kriegen wir hin, Sinti. Das kriegen wir hin. So. Komm jetzt raus, kleiner Baby-Villager. Wuhu. Juhu. Da ist er. Okay, der Baby-Villager kommt jetzt hier mit uns. Okay. Leute, Leute, Leute. Das heißt, es wird jetzt mal wieder ein spannendes Abenteuer, hier so eine riesen Gigatür zu finden. Ich habe nur ein bisschen Angst um den kleinen Villager, der da hinten. Wo ist er denn? Guck mal, wie klein der ist. Man sieht ihn sogar nicht mal, wenn er da durchläuft. Leute, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So klein ist er. Aber er wird noch eines Tages sehr groß, ne? So kommt er da jetzt vorsichtig runter. Oh ja, das hat er super gemacht. Okay. Ja, aber welche Richtung denn Baby-Villager... Norden meinte er. Norden meinte der. Okay, dann müssen wir, glaube ich, in die Richtung. Oder Baby-Villager. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her zu Papa. Genau, komm mal her. So stehen bleiben. Welche Richtung denn jetzt genau? Wir wissen doch gar nicht, wo wir hin müssen. Ja, folgt einfach, ähm, den Norden. Oder was ist denn... Äh, äh, ich habe doch auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich wollte nur, dass ihr mich mitnimmt. Und das mehr wollte ich doch gar nicht. Ach, Sinti, hast du das gehört? Da hat selbst keine Ahnung. Wir wollen jetzt machen, Pat. Aber wir müssen ihm ja helfen. Ja, wir müssen denen irgendwie helfen. Äh, lass uns einfach mal ein bisschen durchlaufen. Der Baby-Villager kommt ja mit, ne? Oh Gott, das ist, glaube ich, hier die falsche Richtung. Wir sind in der Sackgasse. Das ist halt hier das Problem. Es ist alles sehr verzwickt, ne? Aber... Es ist so unübersichtlich hier. Es ist super unübersichtlich. Also ich glaube, hätten wir ein bisschen Werkzeug am Start, dann würden wir auch besser durchkommen. Also, ich weiß nicht, hast du noch die eine Axt dabei, Sinti? Echt? Ja, ist eigentlich egal, welche Hauptsache wir haben da Angst. Ja, hier, hier, hier. Ja, super, 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 super. Okay, sehr gut. Zack. Dann nehmen wir die einmal hier. So, Baby-Villager. Okay, Baby-Villager ist noch am Start. Sehr, sehr schön. Also sind die ganz ehrlich. Ich glaube, das führt zu gar nichts. Also bei aller Liebe, Baby-Villager. Aber wir müssen doch irgendwie wissen, wie sieht diese Gigatür denn aus? Irgendwas müssen wir doch wissen. Hast du denn keinen Hinweis oder sowas? Irgendwas? Ich sage mal so, also ich habe noch, glaube ich, eine Karte am Start und diese Karte zeigt zumindest, wo diese Tür sein soll. Ich glaube, das war irgendwie Richtung, was waren das nochmal, minus 250, 75 und 330 waren die Koordinaten irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht mehr. Soll ich dir die Karte einfach mal droppen? Also hier ist die Karte. Ihr könnt euch das ja einfach mal anschauen und dann, ja, gucken wir mal nach. Genau. So, dann schaue ich mal. Wo ist er? Ach, guck mal, warte mal. LOL. Wir sind hier, ich sehe es gerade. Wir sind hier irgendwie unten am Rand, ne? Oh Gott. Und wir müssen ganz nach oben. Da ist oben so eine Tür. Okay, Baby-Villager. Dann weiß ich schon mal, wo wir hin müssen. So, komm uns hinterher. Pass nur auf. Oh Gott, welche Richtung ist denn das jetzt? Minus 200, was hat er gesagt? Minus 200. 200 und 250. Minus 250, glaube ich. Oh Gott, ey, welche Richtung ist denn das hier? Es müsste, glaube ich, dann in diese Richtung hier sein. Laufen wir richtig? Ich weiß es nicht. Ach, hier ist schon wieder alles so hoch, Freunde. Ich glaube allerdings, diese Richtung hier müsste richtig sein. So, dann freut mich mal. Wo ist Baby-Villager? Baby-Villager, komm da runter! Ey, Baby-Villager, der ist da oben! Ey, mach keine Faxen groß aus. Ey, Kollege, wir haben gesagt, wir bringen dich high nach Hause. Dann mach jetzt auch mit. So, baust du den Weg? Sehr schön, sehr schön. Komm runter, Baby-Villager. Sehr schön. Okay, okay, okay. So, dann müssen wir mal nachschauen. Ist das die richtige Richtung? Ich glaube, es müsste die richtige Richtung sein. Achte auf den Baby-Villager, dass er mitkommt, ne? Ja, ja. Hallo, wo bist du denn? Hier ist er großer. So, okay, okay, okay. Ist das jetzt die richtige Richtung? Ich glaube, wir laufen richtig, Sinti. Ich glaube, das müsste die richtige Richtung sein. Hier durch dieses Mutanten-GXXL-große Villager-Dorf hier. So, schauen wir mal. Wobei, ich glaube, das ist immer noch die falsche Richtung, Sinti. Das hier müsste die richtige Richtung sein. So, zack. Okay, ja, der Villager ist hinter uns. Okay, super, super. Dann haben wir eigentlich die perfekte Richtung jetzt. So, zack. Hier ins Lang, hier ins Lang. Und was sagt die Map? Die Map sagt, wir laufen, glaube ich, richtig. Ja. Wir laufen, glaube ich, richtig. So, hier ins Lang. Ich muss sagen, das ist gar nicht mal so einfach. Aber ich habe das Gefühl, das müsste die richtige Richtung sein. Oh Gott, der kleine Baby-Villager macht uns nicht aber auch Probleme. Muss man wirklich so sagen, ne? So, einmal runter. Was ist denn los? Hey, hey, hey. Ich sehe da hinten irgendeinen riesigen Villager. Ja, da hinten muss es auch. Hat der nicht davon geredet? Meintest du nicht so ein riesiger Villager? Warte mal, ich gucke mal auf die Karte nach. Ja, wir sind in die richtige Richtung. Richtige Richtung. Da sehen wir es. Hast du nicht Baby-Villager was von riesen Villagern erzählt? Ja, ja, genau. So riesen Villager, die sind da am Wohnen. Aber nur die kommen rein. Kein anderer. Aber mein Freund Paul, der wohnt da auch. Das heißt, wir müssen da irgendwie reinkommen. Okay, okay, okay. Komm, das kriegen wir hin, Sinti. Das kriegen wir hin. Ja, ja, hier hinten sind sie. So, warte, warte, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist runtergeflogen. Wo ist denn der jetzt schon wieder, Mann? Baby-Villager, wo bist du? Baby-Villager, mach doch einmal kein Müll. So, jetzt komm hier mit. So, zack. Hier entlang, hier entlang. Oh ja, er folgt uns, er folgt uns. Alles gut, alles gut. So, jetzt hier rüber. Hier rüber. So, spring da rüber. Genau. Ja, ich habe es noch nicht so genau gesehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich brauche Holz. Ich brauche noch mal ein bisschen Holz. Nimm mir noch mal ein bisschen Holz hier mit. So, zack. Zack. Zack, dann können wir nämlich den Weg freimachen für den Baby-Villager. Wir brauchen noch einen Namen für den Baby-Villager. Ja, er heißt ja nur Baby-Villager. Er ist ja nicht unser Baby-Villager. Ihr könnt ja mal Namen in die Kommentare schreiben. Wie soll unser Baby-Villager hier heißen? Hast du einen Namen, Baby-Villager? Hast du irgendwie einen Namen? Ich habe keinen Namen, weil meine Eltern hier nicht mehr wohnen. Die sind einfach in ein anderes Villager draufgezogen, weil die meinten, das ist denn hier zu groß. Deswegen war ich auch immer mit Paul unterwegs, aber der hat mich auch in den Stich gelassen. Oh nein, hast du es gehört? Der Arme. Oh Gott, Leute. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Namen für ihn, aber okay. Kein Problem, Baby-Villager. Du kommst jetzt hier erstmal mit. Du bist in guten Händen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Pferd, pferd, pferd. Was, 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 warte mal. Oh mein Gott, da sind die Riesen-Villager. Sind das die richtigen Villager da hinten? Warte mal, komm mal hier rüber, Baby-Villager. Komm mal hier rüber. So, komm mal hier hoch. Genau, so. Wir beobachten uns erstmal aus der Ferne. So, Baby-Villager, sind das die richtigen? Ja, genau, das sind sie. Aber passt bloß auf, die können auch aggressiv werden. Kein Problem. Sinti, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. So. Ja, ja, ja. Ich bin an der Tür, da siehst du mich. Warte mal, warte mal. Wir bringen erstmal ihn in Sicherheit, würde ich sagen. Den Baby-Villager. Oh, 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 oh. Alles gut hier, alles gut hier. Kein Problem. Was macht ihr, was macht ihr? So, bleib stehen, Baby-Villager, bleib stehen. Okay, 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 okay. Also, oh mein Gott, diese Tür, wie groß ist die denn? Die sieht ja mal noch kranker aus in Realität. Also, ich habe ja schon davon viel gehört, aber dass die so gigantisch groß ist, das hätte ich nicht gesagt. Oh mein Gott, schau dich mal diese Tür an. WTF, Freunde, WTF. Wie sieht die denn aus? Aber denkst du wirklich, dass die Villager so schlecht darauf reagieren, wenn wir da in die Nähe gehen? Lass uns die mal ansprechen, oder? Denkst du, das sei eine gute Idee? Oder wir gehen einfach rein, ohne zu fragen. Das könnten wir auch machen, ne? Aber ich will mir eigentlich... Oder müssen wir uns vorbeischleichen, ne? Ich will mir eigentlich... Ich habe eine gute Idee, ich habe eine gute Idee. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Machen folgendes. Und wir springen einfach außenrum sofort in die Tür rein. Da oben von der Klippe. Siehst du das da oben? Da können wir sofort reinspringen. Lass uns da hin, schnell. Das ist eine super Idee. So werden die Villager nix mitbekommen. Und ich denke mal, das ist der beste Weg, um da reinzukommen. So, mach am besten hier einen kleinen Weg hin. Wir müssen ja irgendwie hochkommen. So, Stück für Stück. Genau, sehr gut, sehr gut. Okay. Und dann müssen wir jetzt irgendwie dann da reinspringen. Ich bin echt gespannt, was jetzt hinter dieser Gigatür ist, ne? Weil anscheinend sollen da ja... Alter Schwede, schau dir diese Tür an. WTF, wie groß ist die Tür? Sollten wir nicht wirklich doch vorher fragen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Alter Schwede, alter Schwede. Guck dir das mal an. Was eine Tür, ne? Wenn wir uns so diese Map anschauen, die sieht schon krass aus. Aber so diese Map nochmal zu sehen, ne, ist unfassbar. Dann würde ich sagen... Boah, nicht, dass da irgendwas Schlimmes ist im Loch. Das kann natürlich auch passieren, ne? Ich habe mir vor, wir sterben jetzt, Pat, aber... Ey, dann war es das wert. Ich glaube nicht, dass diese Giganten uns da Minis drin haben wollen, deswegen. So, wir müssen ja noch den Freund Paul finden, deswegen. Lass uns einfach mal reinspringen, würde ich sagen. Ich springe vor. Und ich würde sagen, drei, zwei, eins. Ab geht's rein, Sinti, let's go! Wie war's? Oh mein Gott, Sinti! Warte, hier bin ich! Hier bin ich! Gut, Alter, wo sind wir denn gelandet? Alter Schwede! Was ist das denn hier? Wir sind hier in irgendeiner Gigadimension. Ist das diese Riesendimension, von dem dieser Baby-Villager gesprochen hat? Doch, das ist sie! Das ist sie! Warte mal! Ja! Wir sind hier richtiges Falschgeld, schau, wie riesig die Villager sind! Schau dir das mal an, wir sind so mini im Vergleich zu denen! Oh mein Gott! Alter Schwede! Kommen wir hier runter? Oh, wie kommen wir hier runter? Das ist echt die Frage aller Fragen, Sinti. Äh, gibt's hier denn kein... Soll ich eine MG machen? Nein, bist du verrückt geworden? Keine MG! Ja, okay, ich lasse es lieber. Wir gehen jetzt hier runter, wir sneaken uns langsam nach unten. Ganz langsam mal sicher. Dann sollten wir es hinbekommen. Boah, die Frage ist schon... Aua! Guck mal, guck dir mal an, das sind diese Riesen-Villager. Die standen auch schon vor der Tür. Ja, ja, die desipulieren Welt hier. Aber ich glaube, wir sollten als Mini hier nicht auffallen. Wenn wir auffallen, dann sind wir echt Geschichte, glaube ich. Okay, wir können ja aber hier runter, wir können hier auch runter. Warte, warte, warte. Oh Gott. Hier ist schon ein Totenschädel. Nicht, dass wir genauso enden wie der Typ hier. Machst du ihn weg? Ja, ja, warte mal, ich mach ihn mal. Ich mach ihn sofort weg. So, zack. Alter Schwede, alter Schwede. Was machen wir hier? Wir sollen hier eigentlich gar nicht gehen. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Okay. Das ist der richtige Weg. Das wird schon der richtige Weg sein. So, zack, jetzt hier entlang. Nein! Alter, hier ist schon der nächste Totenkopf. Pass auf, Sinti. So, ich bin jetzt mal runter. Alles gut, alles gut. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Hier auch einen Totenkopf. So, hier noch einen Totenkopf. Ey, Sinti, ich glaube, das sind all die Leute, die hier auch in diese Dimension gegangen sind. Kann das sein? Ja, aber... Es gibt keinen Zurück mehr. Es gibt keinen Zurück mehr, Sinti. Wir müssen stark bleiben. Wir müssen stark bleiben. So, okay, okay, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir gucken uns so ein bisschen hier heraus. Nicht, dass die uns sehen. Wir haben uns nicht gesehen. Ja, nicht, dass die uns sehen. Oh Gott. Guck weg, guck weg. Guck runter, komm runter, runter. Wir könnten versuchen, da zum Stuhl rüber zu laufen. Aber es ist sehr riskant. Es ist sehr riskant. Ich würde sagen... Aber wir müssen es tun. Wir müssen es machen. Komm einfach, Sinti. Ich bin hinter dir. Nur zusammen. Guck es dir mal an. Wir sind so kleine Minis. Nein, 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 nein. Wie riesig ist der? Rein, 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 rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, rein, rein, rein. Guck mal, da ist auch ein Baby-Villager. Da ist ein Baby-Villager. Das muss Paul sein. Das ist doch Paul, oder? Ey, kleiner Winzling da vorne. Bist du zufällig Paul? Heißt du Paul? Ich hab dich hier gefunden. Mit Sinti, heißt du so? Ähm, ja, ich heiße Paul. Warum fragst du mich das? Äh, weil Sinti und ich, wir haben deinen Kollegen gefunden, den Baby-Villager. Warum hast du ihn einfach in den Stich gelassen? Äh, Mama und Papa hat gesagt, ich soll nach Hause kommen. Und hätte ich das nicht gemacht, dann hätten sie gesagt, dass ich nie wieder raus darf aus dieser Riesendimension. Bis ich groß bin. Ah, okay, aber, ja, unser Mini-Villager, der war schon ganz, ganz besorgt, ne? Ja, ich weiß nicht, was irgendwer jetzt tut. Wie können wir ihm helfen, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, das Problem ist, wir sind jetzt halt auch so Mini. Es gibt nicht irgendeinen Weg, auch so ein Gigant zu werden, Mini-Villager. Ich darf dir das eigentlich nicht sagen, ehrlich zu sein. Okay, es gibt anscheinend einen Weg. Sinti, hast du gehört? Es gibt einen Weg. Komm, verraten sie den Weg. Ey, nein, nein, du gehst hier nicht raus, Kollege. Nein, ey. Bleib drin. Der wollte schon weghauen, der wollte schon abhauen. Du verrätst uns jetzt, wie wir groß werden können. Ah, okay. Also, es gibt einen Trick, und zwar musst du nicht einfach da... Siehst du, wo dieser Totenschädel ist, da vorne links? Ähm, meint er den da vorne? Ja, 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 doch, doch, genau, genau. Was ist damit? Was muss ich damit machen? Ähm, dieser Schädel, den baust du ab und stellst dich da runter. Und dann wirst du ein Gigant. Äh, okay. Wie soll das denn gehen? Ich hab keine Ahnung, aber sollen wir es ausprobieren? Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Ja, komm, mach mal an. Soll ich machen, oder willst du? Mach du als erstes, Pat. Okay, warte, also Schädel abbauen. Zack, da runterstellen. Was? Alter, sind die? Was ist hier passiert? Wir sind die Karten geworden. Alter Schwede, wie groß sind wir denn? Hallo. Die sind ja auf einmal, die sind auf einmal klein. Ha, 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 ha. Ihr klein bist du denn? Junge, wie klein sind ihr denn? Na du, na du? Na, guck mal, jetzt können wir den hin und her schubsen. Guck mal. Ja, ha, ha, ha. Komm, und jetzt hier nach vorne. Ha, ha, ha. Komm her, lauf mal ein bisschen. Jetzt guckt er doof, ne? Jetzt guckt er doof. Guck mal, wir kamen da gerade. Da sind wir gerade reingekommen. Siehst du das da? Aus diesem kleinen Loch. Ja, komm, wo ich bin. Alter Schwede, auf einmal sieht das ganz normal aus. Hey. Lass uns mal anschauen. Ha, ha, ha. Das ist ja lustig. Guck es dir einfach mal an, Sinti. Lass uns mal hier durchlaufen. Lass uns mal hier durchlaufen. WTF? Was ist das denn? Wir sind einfach jetzt in diesem Haus. Aber wir sind auch endlich Giganten geworden. Endlich. Das ist also hinter dieser Tür, hinter dieser Giga XXL Tür, einfach deren Zuhause von den Giga Villagern, ne? Die haben es aber auch schön hier. Hier haben die so einen Fernseher am Start, hier sogar einen Dinosaurier haben die am Start, Fernbedienung, irgendwelche Bücher haben die hier. Ey, also ganz ehrlich, hier kann sich echt keiner beschweren, ne? Ich muss was sagen. Oh, hier ist was ausgelaufen, sehe ich gerade, ne? Und hier ist eine Kiste. Oh, hier ist eine Kiste, sehe ich gerade. Alter Schwede. Ja, doch, ich muss sagen, daran könnte ich mich gewöhnen. Aber lass uns mal nachschauen, was hier noch so im Haus ist. Die haben sogar eine Küche am Start, Sinti. Die haben hier sogar eine Küche am Start. Schau es dir an, hier. Einfach in dieser Küche. Gibt es hier lecker Pizza? Ich weiß es nicht. Irgendwas brennt hier auf jeden Fall. Und hier im Kühlschrank. Ja, und was ist... Guck mal, die haben da Fleisch an der Wand. Fleisch. Oh, lecker, lecker, lecker. Das haben die da. Aber lass mir auch noch was über. Hier haben die Wasser. Komm, wir können uns Wasser herausnehmen. Boah, ich gehe erst mal baden hier. So, zack, hier auch noch mal ein bisschen was trinken. So, oh ja, das Waschbecken. Auch nicht verkehrt, ne? Also, die haben es locker sitzen, ne? Muss man wirklich so sagen, ne? Das stimmt. Geldtechnisch. So, lass uns mal runtergehen. Wer ist das denn? Oh, guck dir das mal an. Das sind angeblich... Sind das nicht so Zombie-Villager? Gigantische Zombie-Villager sind das? WTF? Ähm, die sehen aber ein bisschen unheimlich aus. Die sehen echt unheimlich aus. Sollen wir mal trotzdem mit dem reden? Okay, warte mal. Ich frage die mal. Alter, wie sieht der denn aus? Hallo, du komischer Mini-Villager. Guck mal, wie winzig die sind, ne? Du bist so klein. Okay, was geht bei dir? Alles gut? Noch so ein Spruch. Und ihr werdet bereuen, dass ihr hergekommen seid. Wer seid ihr? Macht das hier weg. Kommt hier, ihr Kleinen. Ja, hat er uns gerade so klein genannt, Sinti. Komm doch her. Ich bin der... Du bist der Kleine. Komm doch her. Du bist doch der Kleine hier. Ich wollte gerade sagen, ne? Der Winzling. Mach mich nicht sauer. Ich mein's ernst. Komm her. Ich werde es dir zeigen. Ähm, ja. Weißt du was? Komm, wir greifen ihn einfach mal an. Komm. Der Winzlinger bist du. Oh, Blutslinger. Giga-Villager ist der. Greif ihn an. Greif ihn an. Ja, hier. Machst du? Und? Oh, Sinti! Er hat mich getötet! Ich hab dir genugi.